Der Föderale Sicherheitsdienst in Russland, FSB, sagte am Mittwoch, dass er einen deutschen Staatsbürger festgenommen hat, den er beschuldigt, versucht zu haben, Energieanlagen auf Anordnung eines ukrainischen Staatsangehörigen zu sabotieren. Der FSB erklärte in einer Mitteilung, die von russischen Nachrichtenagenturen veröffentlicht wurde, dass er den deutschen Staatsbürger Nikolaj Gaiduk festgenommen hat, während er aus Polen nach Kaliningrad, Russland, einreiste. Der FSB sagte, dass er in seinem Auto einen halben Liter flüssigen Sprengstoff gefunden und beschlagnahmt hat. Der russische Sicherheitsdienst gab nicht an, ob Gaiduk auch die russische Staatsbürgerschaft besitzt oder ob er ein Visum für die Einreise nach Russland hatte. Es wurde nicht bekannt gegeben, wann genau er festgenommen wurde. Der FSB beschuldigte Gaiduk, einen in Hamburg lebenden Mann, der 1967 geboren wurde, Sabotageakte auf Anordnung eines Ukrainers, Alexander Zhorov, der ebenfalls in Hamburg lebt, geplant zu haben. Er sagte, dass Gaiduk an einer Explosion an einer Gasverteilungsstation in Kaliningrad im März 2024 beteiligt war und dass gegen ihn Anklage wegen terroristischer Angriffe und Schmuggel von Sprengstoffen erhoben wurde. Ein Gericht ordnete an, dass Gaiduk bis zur Gerichtsverhandlung in Untersuchungshaft bleibt, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, berichtete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Es wurden keine weiteren Details bereitgestellt. Die deutschen Behörden haben bisher noch nicht zu den Nachrichten Stellung genommen.